In diesem Video teste ich den Gladiator Hyproteinbar in der Geschmacksrichtung Strawberry Cake. Der Riegel ist komplett umhüllt mit einer weißen Schokolade. Man kann von außen schon ganz gut die Erdbeerschicht sehen. Zudem duftet er auch schon sehr fruchtig nach Erdbeere. Unter der weißen Schokolade befindet sich die besagte Erdbeerschicht. Sie ist relativ dünn, dafür schön cremig. Die Proteinmasse hat eine sehr feste Konsistenz. Beim Geschmackssitz hat sich leider herausgestellt, dass der Erdbeergeschmack nicht so intensiv ist, wie er gerochen hat. Man merkt zwar ein Erdbeeraroma, aber für mich persönlich ist es zu wenig intensiv. In der Regel hätte eine dickere Erdbeergeschicht wirklich gut getan. Dafür schmeckt die Proteinmasse sehr gut nach Kuchen. Und auch die weiße Schokolade schmeckt so, wie man sie kennt. Im Gesamten ist der Riegel ganz okay, vom Geschmacklichen her. Von der Konsistenz her finde ich ihn persönlich zu hart. Das muss man mögen. Aber ansonsten kann man ihn durchaus empfehlen.